Ich glaube, das erste Mal dabei, oder? Ja. Und mit wie viel Euphorie hier in Hamburg heute? Ja, mit viel, ne? Ich bin gespannt, was auf mich zukommt, oder auf die meisten. Ich meine, es ist ja ein toller Event, das weiß man ja schon. Es ist ja schon ein paar Mal gespielt. Und die Fans nehmen das auch hervorragend an. Und für uns auch wichtig, dass wir so ein kleines Klassentreffen, wenn man die alten Spieler alle mal wieder sieht. Das kommt natürlich auch nicht so häufig vor. Von daher ist es ein super Event für uns Spieler auch. Auf wen haben Sie sich am meisten gefreut? Jetzt ist der Tag und die Nacht sind da ja noch lang. Was gibt es da für Anekdötchen? Das schauen wir mal. Es geht ja erst los. Aber vielleicht gibt es da irgendjemanden, wo wir uns lange nicht gesehen? Ja, ich muss erstmal die ganze Liste. Es sind ja so viele Spieler da. Ich bin vor uns im Zimmer erstmal die Liste durchgegangen. Und wir haben uns auch noch nicht alle gesehen. Wie gesagt, wir sind gerade angekommen. Jetzt in der Kabine werden wir aber auch jeden dann erstmal begrüßen. Dann werden wir auch endgültig wissen, wer alles dabei ist. Und selber, wie viele Tore gibt es von Ihnen? Keine Zielsetzung. Es ist locker. Wie lange hält die Kraft denn überhaupt? Oder reicht die Kraft? Ich bin ja noch einer der Jüngeren hier. Von daher vielleicht zehn Minuten länger wie bei dem einen oder anderen. Ja. Okay. Alles klar. Viel Spaß. Ja. Ja.